hey leute ich bin es wieder euer dominik und ich habe ganz ganz schnell ein paar coole neuigkeiten für euch das swim performance club unser neues projekt ist seit heute online und da könnt ihr euch ab heute registrieren und euch auch auf unserer seite die ganzen informationen gesammelt aus den letzten sieben videos reinziehen am besten geht ihr direkt auf www.swim-performance.de und holt euch alle informationen das war's von mir macht's gut bis bald euer dominik